Hallo, Hallöchen und herzlich Willkommen, liebe Freunde! Mein Kanal ist liebe Freunde vom Liebenprofessor, liebe Rätselfreunde, liebe Mitmacher, liebe Spielefreunde! Wir starten jetzt in eine neue Aufnahme, damit das dann vernünftig wieder weitergehen kann, nachdem heute den Tag über die Hitze irgendwie aufnehme ich. Wie auch immer, geht weiter! Nach langer Fahrt im Molentary Express kommen Luke, Flora und der Professor in Fall Sins an. Doch bereits gleich nach dem Aussteigen werden sie von bizarren Ereignissen überrascht. Aufgerüttelt durch das, was sie gesehen haben, wagen sich die drei weiter in die Stadt vor. Naja, Flora ja nicht so sehr. Ein Spiegel, ein riesiger Spiegel. Hinweis Münze hätte ich gerne, falls hier mal irgendwo ein ist. Nicht so. Was sagt Flora, wie geht's ihr so? Ich bleibe hier und ruhe mich aus. Passt auf euch auf. Das tun wir, Flora. Gute Besserung. Na dann mal weiter hier. Nach allem, was wir gesehen haben, verstärkt sich mein Eindruck, dass Dr. Schrader hier in Fall Sins war. Ich bin mir sicher, dass wir die Schatulle hier finden werden und unseren Fall aufklären können. Glauben Sie, dass sich der Dieb der Schatulle ebenfalls hier in Fall Sins versteckt hält? Es ist zu früh, um das zu sagen. Wir werden mehr wissen, wenn wir eine Erfahrung gebracht haben, weshalb der Doktor überhaupt hierher kam. Ich schlage vor, wir suchen nach Hinweisen, die uns auf die Spur der Schatulle führen können. Na dann mal los. Gehen Sie voraus, Professor. Hör mir genau zu, Samuel. Sie ist hier, das garantiere ich dir. Du durchkämpfst gefährlichst die gesamte Stadt und bringst sie mir dann unverzüglich. Ist das klar? Oh Mann, Onkelchen. Meinst du, das olle Ding ist überhaupt so toll, wie alle behaupten? Ich weiß nicht. Für mich hört sich das alles ziemlich abenteuerlich an. Hör ich da richtig? Ich könnte schwören, du hättest gerade meine Informationen angezweifelt. Du hast mich in dieser Angelegenheit nicht zu berichtigen und jetzt mach dich an die Arbeit na los. Schon gut, Onkelchen. Ich geh da nicht gleich in die Luft. Ich bin ja schon unterwegs. Was meinen Sie, wovon Herr Beluga und der Schaffende da gesprochen haben, Professor? Mir scheint, die beiden sind auch auf der Suche nach etwas. Huh? Sehen Sie mal da, Professor. Was liegt denn da Seltsames auf dem Boden? Was zum... Es scheint ein Buch zu sein und ein ungewöhnliches dazu. Jemand muss es verloren haben. Huh? Und dieser ausgefallene Einwand? Was ist denn das für ein Symbol? Sehen wir uns das mal genauer an. Dieses Symbol stellt wohl einen Ziegenkopf dar. Also was immer das sein soll, es ist irgendwie gruselig, aber ich frage mich trotzdem, was da drin steht. Leider ist es fest mit Schlössern gesichert. Mehr als die erste Seite können wir nicht lesen. Doch dieses Symbol finde ich überaus faszinierend. Sehen Sie, Professor, da drüben ist ein Antiquitätenladen. Vielleicht kann uns dort jemand weiterhelfen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Luke. Beginnen wir dort mit den Nachforschungen. Das alte Tagebuch ist ab jetzt im Koffer des Professors verfügbar. Beluga behandelt Sammy wie einen Leibeigenen und jagt ihn auf der Suche nach etwas durch die ganze Stadt. Es ist unklar, warum Beluga eine geheime Bahnverbindung nach Volsens eingerichtet hat. Aber das gesuchte Objekt ist ihm sicher sehr wichtig. Was könnte das sein? Luke und Professor Layton beschließen, den örtlichen Antiquitätenladen aufzusuchen. Woher kommt er denn hierher? Inspektor Sammy, wie kommen Sie denn auf einmal hierher? Hm, ich wollte euch gerade das gleiche fragen, euch zwei hätte ich am allerwenigsten erwartet. Meine Recherche und Dropstone ergaben, dass die Schatulle mit Volsens in Verbindung steht. Dr. Schraders Aufzeichnungen über dieses Objekt sind äußerst weitreichend. Meines Erachtens handelte der Mörder, dem ich auf den Fersen bin, um die Schatulle zu ergattern. Folglich suche ich nun die Schatulle, denn wenn ich diese finde, dann kann der Täter nicht mehr weit sein. So viel logisches Denken hätte ich dem Inspektor gar nicht zugetraut. Hm, hast du was gesagt, Kleiner? Äh, nein, gar nichts. Gut, denn ich habe gerade keine Zeit zum Plaudern. Schließlich muss ich einen Mord aufklären. Kommen Sie, Baton, wir gehen. Was? Äh, ich meine, ja wohl, Chef. Guten Tag, suchen Sie was Bestimmtes. Verzeihen Sie, mein Herr, aber wir möchten heute nichts kaufen. Wir hätten nur einige Fragen zu diesem Buch und zur sogenannten Schatulle der Pandora. Ach, schon wieder diese Schatulle. Das ist schon das dritte Mal heute, dass mich jemand danach fragt. Das dritte Mal schon? Ja, die zwei Herren von Scotland Yard haben sie ja gesehen und davor war eine junge Dame hier. Sie wollte wissen, ob jemand in der Stadt auf der Suche nach dieser Schatulle der Pandora ist. Hm, können Sie diese junge Dame beschreiben? Oh, sie war sehr hübsch. Sie war nicht von hier, aber ihr Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Und was die Herren von Scotland Yard angeht, die führen hier wohl irgendwelche Ermittlungen durch. Ich kann nur wiederholen, was ich den anderen bereits gesagt habe. Ich würde gerne helfen, aber ich habe heute zum ersten Mal von dieser Schatulle gehört. Einer meiner Besucher erzählte mir, die Schatulle habe eine aufregende Geschichte hinter sich. Falls sie also je in Fallslands war, gibt es vielleicht Aufzeichnungen darüber im Herzenmuseum. Aha, könnten Sie uns sagen, wo sich dieses Museum befindet? Halten Sie einfach Ausschau nach dem großen Gebäude etwas nördlich vom Stadtzentrum. Im Museum gibt es viele Dokumente, in denen unsere Stadtgeschichte festgehalten ist. Das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir werden auf jeden Fall das Museum aufsuchen. Oh, warten Sie. Wollten Sie mich nicht noch zu einem Buch befragen? Ach ja, richtig. Hier, sehen Sie. Uns würde Ihre professionelle Meinung dazu interessieren. Ja, hm. Für ein Buch dieses Alters ist der Einwand recht ungewöhnlich, gut verarbeitet und sehr rar. Wissen Sie zufällig etwas über das Symbol auf dem Einwand? Ich wollte gerade anmerken, wie vertraut mir das Symbol vorkommt, wenngleich ich nicht weiß, weshalb. Allerdings muss ich gestehen, dass mich an diesem Buch besonders die Schlösser reizen. Solche alte Vorrichtungen üben schon seit jeher eine gewisse Faszination auf mich aus. Das erste Schloss ist recht einfach konstruiert. Ich denke, es müsste sich mit einem beliebigen alten Schlüssel leicht öffnen lassen. Da fällt mir ein, wieso probieren Sie es nicht gleich mal mit diesem alten Schlüssel hier aus? Dies ist meine Art, mich dafür zu bedanken, dass Sie mir etwas so Interessantes gezeigt haben. Haben Sie vielen Dank! Tagebuchschlüssel erhalten, eröffnet eine neue Seite des alten Tagebuchs. Schade, dass wir nicht mehr über dieses antike Buch in Erfahrung bringen konnten. Das wäre zwar schön gewesen, aber so müssen wir uns erstmal etwas anderes konzentrieren. Wir sollten nun dem Herzenmuseum einen Besuch abstatten. Luke und Professor Layton beschließen, das Herzenmuseum im Norden aufzusuchen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Hinweismäuse. Ja, eine schöne Beleuchtung. Ob dieser Spiegel wertvoll ist, da bin ich besser vorsichtig. Die Sesse ist ideal für einen Leseabend mit einem glücklichen Buch. Na sag mal. Ja, wie ist es eine? Wir gehen erstmal raus. Ich weiß über Sie Bescheid, junge Damen. In der ganzen Stadt haben Sie herumgefragt. Oh, aber ich wollte doch nur... Bevor Sie weiterreden, mir ist das Jacke wie Hose, wie Ihr Vater ist. Niemand steht über dem Gesetz, damit das klar ist. So, wie ich das sehe, macht sich jeder verdächtig, der nach der Statur der Pandora sucht. Nein, aber Sie haben da etwas falsch verstanden. Äh, darf ich mal, Herr Inspektor? Was wollen Sie, Baton? Sehen Sie nicht, dass ich hier gerade beschäftigt bin? Äh, ja, darum geht es ja. Der gesuchte Täter beging einem Mord, um an die Statur der Pandora zu gelangen. Er sollte sie also bereits in seinem Besitz haben. Wenn die junge Dame die gesuchte Übeltäterin wäre, müsste sie nicht mehr danach fragen, denke ich. Ach ja, ist es so, Baton? Ich kann mich nicht erinnern, nach Ihrer Meinung gefragt zu haben. Verzeihen Sie meine Dreistigkeit, Herr Inspektor. Ich sollte ja lieber gehen. Baton, kommen Sie sofort zurück. Unterstehen Sie sich, ohne meine Erlaubnis zu gehen. Ui, ui, ui. Hey, das ist doch die Frau, die wir am Bahnhof in Dropstone gesehen haben. Wie hieß sie nochmal? Kathi? Nein, nicht Kathi. Hm. Ich vermute, du sprichst von Sir Andersons Tochter Kathia. Kathia, genau. Was sie wohl hierher verschlägt? Hm. Kaum zu fassen, was man alles auf der Straße kaufen kann? Hm, hier gibt es schöne Läden, sagt der Professor. Ne, da wollten wir die nochmal rein. Wollten gucken, ob es Hinweismünchen gibt. Ach ne, sag mal. Hehe, hier zwei Fashion-Gestalten kommt mir mal bekannt vor. Hey, Sie kenne ich doch. Ich sehe schon, das Schicksal muss euch, mich und dieses Teeservice zusammengebracht haben. Und jetzt, wo wir alle wieder so schön beisammen sind, könnten wir doch ein Tässchen Tee schlürfen. Ihr kocht mir doch einen leckeren Tee, oder? Sie wollen, dass wir Ihnen einen Tee kochen? So ist es, du kleiner Grünschnabel, aber nichts ausgefallenes. Mir würde schon eine gute Tasse Bell Classic vollkommen reichen. Das geht so leicht, das kann doch jedes Kind. Zumindest jedes Kind mit einem magischen Teeservice. Wie dem auch sein, bemüht sich nur ein Oasenblatt, Munterbeeren und ein paar Sauerbeersamen. Vollzüglich ein Leckwil macht sich auf Schnurberts Gesicht breit. Er ist erfrischt und zufrieden. Ne, das war gar nicht schlecht, Leiner. Natürlich hättest du das nie ohne meine tolle Beschreibung geschafft, also werde nicht übermütig. Wisst ihr, in dieser Stadt gibt es sehr viele durstige Leute. Ihr habt ein Teeservice, also ist es gewissermaßen eure Aufgabe, den Leuten zu helfen. Wenn ihr allen Durstigen eine kleine Teepause verschafft, passiert was Gutes. Das garantiere ich. Hm, Professor, was meinen Sie? Wie viel Gutes kann man denn schon mit einer Tasse Tee tun? Oh, sehr viel, Luke. Ein wahrer Gentleman unterschätzt nie die Kraft einer guten Tasse Tee. Hm, wenn Sie das so ausdrücken? Es kann wohl sicher nicht schaden, etwas gute Laune zu verbreiten. Ja, Holla, ihr rennt ja ganz schön in der Gegend herum. Da werde ich schon vom Zusehen müde. Warum ruht ihr euch nicht kurz bei einem Rätsel aus? Das war's. Das war's. Das war's. Das ist bereits schade.